Große Vergnügen, sie ist gekommen, hier zu machen Konzert. Ich große Freude, dass so viele und sie auch. Ja, keine Sorge, ich rede nicht wirklich so. Meine Mutti ist ins Geschäft gegangen, das weiß ich noch einmal, und hat gesagt, Entschuldigung, hier haben Sie kein Fleisch? Sie haben gesagt, nein, nein, hier, wir haben keinen Fisch. Da drüben, Sie haben kein Fleisch. Aber heutzutage ist es sehr, sehr anders in Russland. Ich habe letztens ein paar Rolex-tragende Russen überhört, wie der eine sagt, zum anderen, schau, ich habe Krawatte hier gekauft, für 1000 Dollar. Ich sagte, du bist blöd, ich kenne ein Geschäft in der Nähe, du kriegst selbe Krawatte für 2000. Ich habe Krawatte hier gekauft, wie der eine sagt,